hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde battlefield 1 ich bin zwar wieder heuer ghost city und mit mir dabei wieder der joker jetzt wird eine runde bruch gespielt ich finde die karte eigentlich gar nicht mal so schlecht weil die sehr geprägt ist für mein teil her um zu sniper ist sie eigentlich ideal gemacht und nötte blumenwiese ist ja auch da noch wir sind ja noch nicht da auf der karte genau ich glaube auf der karte werde ich jetzt mal als sanitäter spielen habe ich jetzt schon die letzten runden gar nicht mehr gemacht mal gucken was ich jetzt gleich spiele vielleicht lege ich mich auch irgendwo hin und snipere hast du bock auf fliegen dann triggern wir mal ein bisschen ich habe fliege 321 ist es deiner und ja gut die los zum gruß und herzlich willkommen zu bettet 1 bombarteien wenn den leuten jetzt immer ein bisschen mit einem brandbomben auf dem kopf ein einsen so und zack da sind schon die ersten köpfe gerollt zumindest einer hat sich gerade den pelz verbrannt und der zweite mal gucken wann wir hier oben mal besucht bekommen von gegnerischen fliegern ich freue mich schon drauf weil sonst kann das ja auch ganz schnell ziemlich langweilig werden es ist auch auf eine art und weise ziemlich heikel hier zu fliegen mit einem bomber weil es ist eine schneise und ich glaube bei b war einer bei a ist eine wo war noch eine flack auf der map eigentlich fast bei jedem kontrollpunkt also wir haben das war zu spät zwischen a und b ja also gut verteilt und wenn sich da welche leute oder wenn jetzt sag mal fast alle besetzt sind sieht es sehr schlecht wird aus weil wir können so hoch fliegen wie wir wollen mit dem bomber die treffen uns immer mal hoffen dass das jetzt hier nicht passiert ne das gute ist wir haben einen jagdpiloten bei uns mit drin wenn es ganz eklig aussehen sollte und er tatsächlich drauf ist und schon geht es los mit der flack zum glück sitzt da einer der gerade nicht treffen kann genau so sieht das aus aber ich finde schade weil bis jetzt ist noch kein feindlicher flieger aufgetaucht ich kann mit dem mg hier oben leider keine panzer wirklich so beschädigen ob da habe ich nicht aufgepasst ist es ein flieger ja da kommt endlich einer mal gucken wie das ich glaube da habe ich mich zu früh gefreut weil nichts passiert aber er ist immer noch da und sowas sowas ist kacke also das war mal wieder so selbstmordattentat leider auch mal wieder ein bisschen geschwindigkeit hier rein und vögelchen tschüss schöne reise das ist endgültig ein einschlagenes argument gut dann herzlich willkommen auf dem boden ich hoffe ihr habt die aussicht vor oben echt genossen oder genießen können ich bin jetzt nicht google maps aber kommt doch gut dran oder ja moin das war auch wieder ein schlagendes argument dafür dass ich mich verziehen soll danke da macht er jetzt den franzosen zwei granaten zwei panzer granaten weil sie ins gesicht er hat einfach nicht zu sterben entschuldigung da habe ich jemanden gerade den kill geklaut ich dachte von vorne kam das mist mies mies der kacke 321 falsche richtung danke hallo auch mensch man man wir haben einsatz zu auch nicht und sind jetzt gut ich kann so nicht arbeiten so habe ich jetzt mal hier die gelegenheit zu reparieren es wäre schön na warst du doch ein bisschen zu eifrig drüben ich war ja noch nicht mal drüben ist das problem komme ich bis jetzt noch gar nicht hin ach so aber vielleicht kriege ich das jetzt hin nichts bewegt sich gut kann ich ja vorstoßen deswegen sagte ich am anfang der runde es ist eine sniper map aber ich weiß nicht ob die da jetzt in der position stehen oder nicht aber ich sehe nichts das wird so leider nichts wird wieder eingenommen von uns oder ja langsam aber es wird eingenommen wie sie hier tatsächlich sogar mein panzer als deckung benutzen ist ja nice schön dass man zu sehen dass es auch taktisch vorgegangen werden kann wieso hat das ding denn also wenn wir so weiter die punkte einfarmen dann empfehlen wir bald den gegnerischen zweitseepanzer zu sehen so ähm bin von der nehm ich mal die gehe ich zu A ich hoffe das ist jetzt kein feindliches vor der Hü ich hoffe das ist jetzt kein feindliches vor der Hü ach man immer ja weg C96 danke für die grüße mhm 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 Hey, hallo Sanni, komm mal zurück, bitte. Oh Mann, ey. Du stirbst doch sowieso gleich wegen dem Typen. Es gibt's nicht, ne? Oh Mann. Puh. Was hab ich denn dabei? Der ist der falsche. Das sah grad so aus, als wir das in zwei Folgen nehmen, Lüge. Leute, verarscht mich doch, oder? Ich hab's doch grad selbst gesehen. Kann man sowas übernehmen? Ich frage euch das in voller Erzhaftigkeit. Warum hab ich jetzt... Der war... Ach Mann, ey, trifft mich wieder, ich ihn nicht. Dankeschön. Puh. Behemad... Ist unterwegs. Ja... Ich kann ihn schon sehen. Hm, hm. Ich kann ihn nicht mehr anziehen ... Ich kann ihn nicht mehr anziehen ... tschuldigung tschuldigung der panzer steht da hinten ja ja hallo übertreibt doch nicht jetzt setze ich hier wieder fest keine deckung nichts weil er hat doch nicht so lange nach menschen ich spiel bei dir team mit muss ich beeilen, sonst bin ich gleich weg danke schön es ist ein witz, ja hallo, wer schießt denn da fährt, ich weiß nicht von wo es ist eine harte ich bitte dich, hallo, wir sind einfache Infanteristen, ich laufe weg gut, dass hier noch ein paar löcher sind, hey, ist die falsche Richtung, hier bist du hin wir wissen BMF schießt auf uns Stellungswechsel ich komme wollen die wieder zur A ne du bist mir angezeigt mit dem toten Kopf ne ich oder das Spiel kann schon wieder hell sehen also bei mir bist du angezeigt mit dem toten Kopf Symbol also im Trupp zumindest ist nicht auf der Karte alles klar aber ich will nicht wir verlieren Einsatzziel Albert wir verlieren Einsatzziel wir verlieren Einsatzziel Albert unsern kommt sogar zu und jetzt kann ich ja wieder zu dir auch fassen das klar ich springe in diesem Moment hoch ah Mist nee lass mich liegen lass mich liegen bringt nichts Oooooooooooo tit- tit- tit아 Aua von hinten Ach du wirst Sentin Hab ihn angehit-it 61 das war eine auslöschung die habe ich aufbaut hat er schon tot gerade vom jagdflieger weggeholt nein ist hier auch über sammeln ja schon wieder einer das versucht zu mir durchzuschlagen vielen dank die kommen jetzt von b aus gar nicht mehr die ja ach ja auch so wie also die zuvor warst du noch gesunden langsam und vorsichtig ich habe leider kein fernglas dabei jetzt endlich ich brauche munition hallo damit kann ich leider nicht oh schule keine kraft panzer ist nicht gut für die haut soll erfrischend sein habe ich gehört besser als schon so ein schlammbad ja habe ich noch mal schade wir sind eng hier gerade ich will jetzt nicht mehr sterben bevor die runde zu ende geht ich habe mir schon was rausgekitzelt vieles ist nicht tun mir leid leute also ihr könnt euch auch bei dem joker bedanken ich musste ja mitfliegen am anfang nein Spaß alles gut geht wenn es nicht mehr soll ist jetzt geht nein schade das war solide runde geht besser aber ich glaube ich mache ich dort weiter womit ich noch nicht aufgehört habe nämlich mit einem sniper ich glaube ich schließe mich die waren so hat sich noch schnell auf den punktgestand ich habe ein battle pack gut dann gucken wir noch mal hier den punktgestand an es ist in ordnung es ist jetzt nicht framissimo aber es ist solide ja dann haben wir uns in der nächsten runde dito